Hi, mein Name ist Juliane und ich spiele Geige im Rundfunksinfonieorchester Berlin. Also man könnte jetzt meinen, man hat als Geiger oder Geigerin gar kein Problem, weil man ja den Herdenschutz genießt. Also man sitzt innerhalb von einer Gruppe von Leuten, die alle dasselbe spielen und darüber hinaus sitzt man noch mit einem Kollegen oder Kollegin zusammen an einem Pult und spielt aus demselben Notenmaterial. Aber ich habe trotzdem ein Problem. Und zwar sind das die Noten an sich, das Material. Und zwar dann, wenn es schlecht gedruckt ist. Also wenn sich die Information nicht sofort oder nur zeitversetzt vollständig erschließt. Weil dann sind die Lösungsansätze von mir und meinen Kollegen zum Teil sehr verschieden. Und das hört man zumindest zu Beginn einer Probenphase doch sehr eindeutig. Aber kein Problem bleibt bei uns ungelöst. Da wird radiert, da wird sich ausgetauscht, da werden Tricks reingeschrieben. Und wenn das alles nichts nützt, dann lächelt man einfach seinen Pultnachbarn mitleidig an und tut so, als wäre bei einem selbst alles in Ordnung. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann lächelt man einfach seinen Pultnachbarn mitleidig an.